Start Nummer 04, trainiert von Katrina. Hier ist Sarah Nadelli. Jetzt weiß, höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefe sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, Arschloch! Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschelrock-MP. Weil du Probleme hast, keinen interessieren. Weil du Schiss von Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren. Damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Oh, Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefe sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, Arschloch! 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 Also man kennt das ja nur umgekehrt, dass irgendwie so BHs und Höschen auf die Bühne geschmissen werden. Wir hätten hier eine Boxershow.